Hallöle, da sind wir wieder mit Titanfall, ja weiter geht's mit der Kampagne mit dem Darwin natürlich. Jo, hallöchen Leute, auch von meiner Seite aus. Ja, legen wir mal los. Du musst starten, ne? Weißt du ja, ne? Ja, Kampagne spielen und dann das letzte, was wir gemacht haben, war Angriff auf die Sentinel, also machen wir jetzt wieder Drachenland. Hab zum Drohwakin, so. Wutrohdan. Ja, ich kann den nicht auswählen. Okay. Du musst einfach Kampagne fortsetzen, glaube ich. Ja, dann mach ich das, okay. Macht der da weiter, wo er gehört hat. Oh Gott. Huch, nichts passiert. Musik? Keine Ahnung. Warte, ich mach ein bisschen leiser machen, der Fernseher. So. Joa, sind ja nicht mehr viele Missionen, dann ist es ja endlich fertig. Dann können wir uns bei dem Multiplayer, also dem richtigen Multiplayer widmen. Da sind wir ja wieder Miliz. Ach ja, stimmt ja. Das war ja. Ich bin jetzt fatal wegen der Farbe. Muss ja so sein. Joa. Oh, wir haben einen 45er am Start. Aha, und einen 7er. Titan Lordouts. Ich muss auf jeden Fall dran denken, dass ich den eigenen Titan 1 auswähle. Ich vergiss auch immer, die Lordouts zu wechseln. Ich habe, glaube ich, den Ogre ausgewählt. Den kann man auch anders noch. Den kannst du durch eine Herausforderung freischalten. Ach was. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. Ich habe mich mit den Herausforderungen leider noch nicht so beschäftigt. Ich auch nicht. Ich halte die mal zufällig frei. Ich balle einfach drauf los. Bis jetzt nur eine Waffe gewechselt. Ich habe 14 Dinge. Ach du Scheiße. Was ist das denn für einer? Du bist nicht 7. Boah, Alter. Ja. Das wird auf jeden Fall. Hat einer viel Zeit. Sehr, sehr viel Zeit. Egal. Einzigstes Spiel, wo ich auch mal ganz schnell die Prestige gerockt habe. Okay. Rennen. Ich habe eine Möglichkeit, an einen Ort zu springen, der offiziell gar nicht existiert. Aber Barker kann uns trotzdem hinbringen. Loll. Leg los, Barker. Tja. Also erstmal will ich sagen, das ist eine ganz, ganz blöde Idee. Yeah. Verbindung. Super. Toll. Ja. Dings, Prestige. Black Ops 2 war das einzigste Spiel, wo ich schnell gelevelt bin. Da war ich innerhalb von einer Woche, glaube ich, Prestige 5. Aber dann habe ich auch nicht mehr gezockt, da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ich habe mit Black Ops 2, soll ich gar nicht... Ja doch, Zombie-Modus habe ich ein bisschen gezockt bei Black Ops 2, aber Multiplayer gar nicht. Letzte, was ich gespielt habe. Da waren immer Doppel-EP-Wochen da und da haben wir auf Newtown da. Da bin ich immer mit 100 Kills rausgegangen, mindestens. Ja, Newtown ist schon geil. Mal zum es nochmal an hier. Mal zum es kaltgestellt ist, haben wir die einmalige Möglichkeit, an einen Ort zu springen, der offiziell gar nicht existiert. Aber Barker kann uns trotzdem hinbringen. Leg los, Barker. Tja, also erstmal will ich sagen, das ist eine ganz, ganz blöde Idee. Ach, nicht schon wieder. Du willst zu der verlassenen Basis, auf der ich gearbeitet habe. Ich werde da nicht selbst runtergehen, aber ich kram die Sprungkoordinaten aus meinem Hirn und fliege euch hin. Titan-Piloten, wenn ihr am Boden seid, werdet ihr einen riesigen Turm sehen. Der hat, also hat, früher mal wilde Tiere ferngehalten. Ich würde ja sagen, nicht füttern, aber das wird schwierig. Die Bieste sind nämlich verdammt groß. Merk, ich bin in der Waffe, als du mich brauchst. Piloten, die Turmtechnologie ist auf der Basis, die Dimitr schützt, noch im Einsatz. Analysieren wir sie und setzen wir sie gegen die IMC ein. McAllen out. Äh, ich muss aus Laien, der Typ war ein bisschen besorgen, oder? Ach, ich habe den besten Orangen selbst getrunken. Ja, also, äh, gegärten. So, erst mal probieren mit der Milch und los geht's. Oh mein Gott. Jo, jo. Komische Drachen. Ja, ist wieder Herrschaft, ne? Oh mein Gott. Hardpoint Herrschaft, Drachenland. Keine Burnout Cards mehr? Wage dich an Herausforderungen. Wie viele davon bringen dir Burncards? Ach ne, viele davon bringen die Burnout Cards, ne, Burncards als Belohnung. Ja, ich bin auch schon wieder ein bisschen besoffen, deswegen kann ich das da schon nicht mal lasen, Leute. Tut mir leid. Bisschen Widerschläge. Das lädt sich hier wieder ein heißen. Schlimmer als auf, äh, alten Xbox. Der Ersten. Äh, wieso ist denn bei mir die Vibratz? So, fuck. Äh. Vibrations. Drachenland. Miliz. Hey Mann, der Turm hier war 20 Jahre außer Betrieb. Bist du wirklich sicher? In der Basis auf Dimitar gibt's diese Turmen auch. Wir müssen sie irgendwie abschalten. Minuten, Hardpoint sicher, damit Bisschen den Turm analysieren kann. Los jetzt! Go, 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 go! Ui! Boah! Alter, wie ich hier runterlege! Huch! Der Drache da hat irgend so'n Flieger runtergeholt. Geht hier schon gut los hier. Ich bin's erstmal zu zäh. Oh, da ist auch schon einer. Okay, boss, das ist ne Harpoid-Operation. Go, go, go! Und gleich weiter. Oh, ja, ja. Ich brauche mich nicht lang. Das ist scheißer. Scheißer. Scheißer, alles Scheißer hier. Was macht er denn? Alter, er heckt da irgendwas. Ja, man können die Geschütze hier einnehmen. Och, geil. Der Weed hat mal wieder keinen Plan. Wir verlieren Charlie. Was, wir verlieren Charlie? Läuft auf jeden Fall. Achter auf, Feinde. Habe ich da irgendwie von oben noch rein? Nö. Verbindungsaufbau bei 50 Prozent. Okay, Charlie haben wir wieder. Aber jetzt haben die schon wieder so viele Punkte Vorsprung. Los rein hier. Kannst du hier nicht rein, Freundchen? Okay, ich nehm mich Bravo, genau. Ich glaube, ich muss noch mal so einen Schalldämpfer drauf machen. Weil dann ziehe ich natürlich weniger Abnahme 3. Ich war hier natürlich auch verringert. Huch. Oh, One-Shot. Nee. Nein, ich habe wieder gezielt wie so ein Besoffener. Scheiße. Wir haben es voll spät gesehen und ich bin trotzdem nicht. Oh, Mann. Bla, bla. Aber wie die Nerven überall sind so. Ich bin jetzt nur eingesehen und bin direkt gestorben, weil ich nicht zielen konnte. Ich habe auch noch zu wenig Practice hier drin in dem Game irgendwie. Aber irgendwann. Irgendwann. Geh dich den Ahlen in den Arsch. So. Rache. Nein, da oben ist noch einer. Nein, der war unten. Ich glaube, die kennen mich einfach wieder rum. Das ist natürlich sehr schlau. Stieb, 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 stieb. Und tschüss. Dass das irgendwas gebracht wird. Ja, aber das heißt nicht. Na toll, jetzt haben wir C schon verloren. Jung. Alles klar, Pilot. Wow. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wo die auch mal einnehmen. Ja, muss ich halt sagen, hier. Da ist ja, die haben das Ding eingenommen. Ja, ich zerstelle das Geschütz jetzt erstmal. Oder wollen wir das einnehmen? Ah, sauber. Okay, wir haben C wieder. Dann kommen wir weiter zu B. Oh, kann ich ja treten. Okay, der war's. Der war's. Der war's. Der war's. Der war's. Oh, nein. Wirklich? Das ist gut, ey. Jawoll. Das alles feindliche... Oh, sorry. Na, runter. Oh, ho, ho, ho. So, ich geh mal hier feindlichen Fetzen, ne? Ja, okay, im Reichsverkehr und des Turms wird langsam kritisch. Wir ziehen eine Menge Saft aus dem System und bei mir wird's immer langsamer. Können wir was dagegen tun, ne? Team, wir brauchen mehr Zeit, um den Turm zu analysieren. Sichert ihr Hardpoints, aber schnell. Schläger, ist dir die Tuckoff? Nein, ich konnte nur einen, Edi. Maaan. Ey, wir kriegen wieder so aufs Maul. Yo, sind ja recht. Wir sind ja schon fertig da. Ist überhaupt nichts hier. Weißt du, dass man... Ohne Scheiße, wirklich das Gefühl, dass die extra immer nur Kampagne spielen, die ganzen Films, weil wir die Nutz wegholen wollen, wie du es schon erwähnt hast. Na klar. Also ehrlich, Leute, was geht denn hier bitte ein? Ich würde es auch gerne machen, aber das klappt irgendwie nicht. Also ich habe vorhin ein paar weggeholt, aber das war wohl noch zu wenig. Er los, macht sich unnichtbar. Oh mein Gott. Ey, dieser Aunt, er hat so ein Glück, dass ich jedes Mal, ich Luke da reinspringe und er dann wieder da steht. Und die ständigen Störungen bremsen. Mann. Kloten, Parkpoint sichern und halten. Legen wir den Zahn zu und beschaffen, bis was er braucht. Nein, ich bin wieder hier reingefallen. Jetzt müssen wir mal B sichern. Weißt du, jetzt haben die extra die Plätze aufgegeben, damit sie länger spielen können und mehr Punkte machen. Doch einer. Ich glaube, du hast meinen Titan gekriegt, wie gesagt. Oh. Schon wieder einen Titan in den Anmarsch. Ah, jetzt mache ich die Taktik von dem. Von wo denn? Oh, wo ist die Augen gekommen? Oh, schnell. Oh, fuck, Alter. Die Nuklea springen. Ah, sehr gerne. Ja, die haben die Hardpoints schön fehl. Oh, die. Wollen wir dagegen machen, bitte. Ja, ich sehe jetzt, feierabend gleich. Schön, hier werden gar keine Titan-Kills gewertet. Ich habe so viele Titan-Kills gemacht, ne? Na, ich habe auch ein paar, aber das war es schon. Fünf Stück oder so habe ich weggeholt. Fünf Stück, vier, drei, zwei, eins, yes. Hä? Hoffentlich haben wir was Brauchbares. Alle Mann zum Evakuierung. Los. Hey. Fängt ja schon gut an heute, oder? Erstes Spiel heute, ungeglich sowas, ey. Oh, Mann. Oh, oh. Uuuhuah. Dann guck mal dem Orkermamm ein bisschen zu. Das kommt mir nie lebend an, ey. Ja, ich bin auch diesem Scheiß gestorben, aber das Problem bei mir war, ich bin reingerannt und plötzlich ist alles explodiert. Noch keiner. Dieser Krieg bringt die Entscheidung. So ne Lacka, ey. Angriff verteid... Was, so wenig Punkte, was ist denn da los, ey? Ich habe hier geballert wie ein Irrer. Voll viele weggeholt. Ich habe auch haufenweise welche weggeholt. Also, naja, geht. Ein paar Titans, ein paar Spieler. Vor allem die Titans, ey. Aber hier geht es um die Punkte. Also, um die... Naja, zurück in die Lobby, ne? Yo. Ja, okay. Okay, wie ist das für die Folge? Hoffentlich geht es nicht so ohne wieder eine Materialschlacht. Ja, Mist, ist die drei Türme ist Materialschlacht. Ich hoffe, dann geht es wieder ab, Leute. Tut mir leid, dass ich heute so ein bisschen, ja, traurig gespielt habe. Bin jetzt auch ganz traurig. Aber nächstes Mal wird es wieder besser. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Haut drüben.